Du kannst mich schlagen, du kannst mich treten, aber wenn du meine Freunde anrührst, werde ich dich fertig machen. Darf ich vorstellen, Daniel Schlauch. Hallo Leute, hier ist Daniel, alias Monkey D. Ruffy, der zukünftige König der Piraten. Aber ich habe jetzt leider keine Zeit, Sanji hat Essen gekocht und ihr wisst ja, das ist fantastisch. Und weg ist er. Und weg ist er.